Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Bei uns ist gerade der Packstress ausgebrochen, weil wir jetzt endlich aufbrechen zur Biketransalp 2022. Und ja, eigentlich braucht man gar nicht so viel Zeug, aber das muss wohl überlegt sein, weil so viel Platz hat man auch wieder nicht. Und man möchte auch nicht seinen ganzen Hausstand mitnehmen, weil man das sonst jeden Tag wieder in die große Tasche reinpackeln muss. Und dementsprechend, ja, alles gar nicht so einfach. Ich packe auch noch die Videoausrüstung mit, deswegen bin ich kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Ratet mal, wer vorne ist beim Parken. Ja klar, weil ich habe einfach viel mehr zu tun und dann will er noch die ganze Zeit in den Bus und Nico kann unendlich viel Chaos machen, wenn er will und deswegen kommt es gar nicht in Frage. Schaut mal, wie geil es hier aussieht. Das ist komplett mein Transalp. Wir haben gleichzeitig begonnen. Was hast du alles dabei? Also ganz wichtig, Luftpumpe, Schlauch, Blitz, Sattel, zwei Paar Schuhe, ein paar Einlagen, mein Outfit natürlich. Regenjacke, Regenhose, aber nur eine kurze, so ein Windstopper noch dabei. Dann für den Abend so ein bisschen Casual-Sachen, Helmbrille, Riegel und Gels und halt für unterst Trikot so drei, vier T-Shirts, eine Windstopper Weste noch, wenn es kalt wird, ein Vlies noch. Hier habe ich noch zwei, drei Hosen dabei, ein paar Socken, Reih in der Tube, mega gut, immer muss immer mit, Sonnencreme muss auch immer mit und natürlich Creme für den Hintern, weil wir viel im Sattel sitzen werden. Genau, und eine Übershort habe ich noch dabei, die ich auch annahm. Okay. Das war's. Ja, bei mir ist es leider noch nicht so geordnet. Ich habe noch das totale Chaos und brauche, wie gesagt, auch noch die ganze Kameraausrüstung, aber ich bin auch beim Wudeln, so ist es ja gar nicht. Und da hinten ist dann noch der Transportkoffer für den Laptop. Juhu, drück mir die Daumen, dass ich das noch schaffe. Ja, im Verlauf übrigens kommt jetzt dann noch unsere Bikevorstellung, mit welchen Rädern wir vorher drüber fahren werden und natürlich ein bisschen was von der Akkreditierung, sowie vom ersten Hotel und vielleicht der ersten Pasta-Party. Stay tuned. So schaut's aus. Bist du fit? Naja, mal sehen. Jetzt sind wir auch auf dem Weg nach Lienz. Ich habe es auch noch geschafft, um mein Zeug zu packen. Nico hat die Radle jetzt ins Auto reingeschmissen Ja, das war schwer, aber hat geklappt und es passt auch gerade so in die Tasche rein. Mal schauen. Ich musste ihr Schokolade geben, da war sie einigermaßen wieder erträglich. Hier übrigens Wilder Kaiser und Kitzbühler Horn. Also wir haben noch ein Stückchen, aber gut, hier gucken wir mal schuscher. So, morgen wird es auch spannend. Wir haben circa in der Früh 1.000 Höhenmeter und dann geht es so dahin, bis die 3.000 Höhenmeter voll sind. Ja, und da sackt die ersten 2 Stunden noch Sonne an und danach Regen und wir haben erstmal 1.000 Höhenmeter Abheil eben und dann geht es in den Trail rein, deswegen schaffen wir den hoffentlich noch trocken, wenn der Wetterbericht recht hat, soll sich das ausgehen. Lienz ist angekommen, geparkt haben wir auch schon mal und das ist jetzt die Expo Area und wir müssen jetzt mal die Anmeldung suchen. Im Hintergrund seht ihr übrigens die Lienzer Dolomiten, also geht ja schon mal ganz gut los. Oh, schau mal wer da kommt. Oh ja. Hallo. Hi, ihr seid auch wieder da. Sehr gut. Fahrt ihr das Team? Nein. Wir sind gleich abgefangen worden und jetzt müssen wir mal ran, weil hier ist nämlich die Waschmaschine und das ist ein heiliges Gut für uns. Sie ist zumindest da. Nachservice ist dabei, mega. Sehr gut. Anmeldung und wir sind nicht alleine. Ihr seht, da ist einiges los. Wird spannend. Damit ihr mal ein bisschen ein Feeling bekommt. Es werden die Taschen abgeholt und das sind dann die Daily Bags, die sind quasi Gold wert im Verlauf des Rennens. Das Bike ist schon wieder bei den. Scotties kriegt jetzt nämlich noch den SQ Lab Lenker drauf und dann kann es morgen auch so richtig losgehen. Wir haben ja gerade schon rausgefunden, bis wann wir die Taschen abgeben müssen und wer bist du denn eigentlich? Ich bin der Alex. Ja, Alex. Oh, sehr cool. Frank ist auch schon da und damit kann es fast losgehen. Umbau läuft schon. Bin ich froh, dass ich es nicht selber machen muss, weil ich natürlich Glück gehabt habe. Und ja, ihr seht, krassmännisch. Frank kriegt noch ein bisschen Luft. So hat jeder irgendwie noch seine letzten Tuning-Möglichkeiten. Frank, du hast Luft auch genommen, oder wie ist das? Wer bist du denn? Martin Engelbrecht. Komm, aus Karlsruhe. Der Martin, er hat letztes Jahr noch unsere Videos gesehen, hat er erzählt und jetzt bist du mit dabei. Erstes Mal. Und was gibt es da? Grüße an die Kinder? An meine Kinder, die sind in Deutschland verstreut. Berlin, Jena und Gießen und an meine Freundin, die ist in Eddingen. Aber jetzt ist sie gerade in Brixen, die war heute recht. Ah, sehr cool. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns auf der Strecke oder zumindest beim Start. Ganz viel Spaß. Hau rein. Danke, gleichfalls. Deswegen müsst ihr euch immer gut überlegen, was ihr alles mitnehmen wollt, weil am ersten Tag gibt es noch keinen Gepäcktransport. Das wird die nächsten Tage dann aber besser. Jetzt zeigen wir euch mal, welche Räder wir fahren und was wir tatsächlich umgebaut haben. Wir sind jetzt gerade auf der Terrasse vorm Hotel in Lien und dann mit diesem genialen Ausblick, aber jetzt soll es ja ums Rad gehen. Und zwar umgebaut haben wir tatsächlich Lenker, Griffe und Sattel. Ganz genau. Und dadurch fühlt sich das Bike echt gleich um einiges besser an. Warum? Es wird einfach noch ein bisschen kürzer für mich, weil der Lenker diesen Backsweep hat und Sattel natürlich eben die richtige Knochenbreite. Das ist übrigens meiner ganz schön breit, aber hilft ja alles nichts. Nicos ist ein bisschen sportlicher. Und ja, die Griffe, die testen wir jetzt noch auf Herz und Nieren. Bis jetzt hatten wir nicht so viele Ausfahrten mit denen, aber deswegen sehen die auch noch so nagelneu aus. Wir halten euch dann auf dem Laufenden, wie sich es anfühlt. Ansonsten sind wir heuer mit dem Scott Spark. Genau. 910 unterwegs und haben natürlich 12-Fach-Schaltung. Es ist super leicht. Was hier auch noch ganz speziell beim Scott ist. Der Sämpfer ist hier unten drin. Stimmt. Der ist unter dieser Klappe hier versteckt. Die Klappe ist heilig, haben wir schon gehört. Da gibt es ein bisschen Lieferengepäße. Deswegen müssen wir besonders gut drauf aufpassen. Machen wir vielleicht nachher in Ruhe. Wobei, soll der Nico auch ein bisschen arbeiten. Nicht, dass der zu schnell wird morgen. Und was ich eigentlich noch herzeigen wollte, also auch noch spannend wahrscheinlich, die XT-Bremsen, 12-Fach-Schaltung eben. Datenblatt können wir euch gerne mal verlinken. Fox Factory 34. Aber jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich herzeigen wollte. Die Reifen. Die sind schwarz. Die wollte ich aber nicht zeigen. Den Sattel. Der Bremse, der XT-Bremse, nicht schwarz. Einfach pipisch, normal. Genau. Was ich euch nämlich eigentlich zeigen wollte, ist das hier. Ich hatte mir mal eingebildet, so sperrt man die Gabel. Aber es stimmt gar nicht. Man macht beides auf halb gesperrt und dadurch kann man die Scott mit etwas mehr wegfahren als übliche Bikes. Und wenn man es dann ganz durchdrückt, dann ist es komplett gesperrt. Gabel und Dämpfer und das fährt sich halt dann wirklich wie eine Rakete bergauf. Und bergab einfach wieder aufmachen, fertig, aus. Und das ist die versenkbare Sattelstürze. Boing, boing, boing. Pizze. Yes, das soll es gewesen sein. Tag 1 aus Lienz. Morgen in der Früh um 9 ist der Start. Taschenabgabe bis halb 8. Mir graust schon. Und mit einem Schwenk über die Dächer von Lienz verabschieden wir uns. Und vergesst nicht, jetzt gibt es dann 7 Tage am Stück. Bike 3 in 3. Und das heute ist nur der Anfang. Ab morgen geht es richtig aufs Fahrrad. Der Anfang vom Ende. Der geht hoffentlich nicht. Das wird schon.